Ich wünsche allen und besonders den HT1-Zusehern ruhige und persönliche Weihnachten und Zeit. Zeit für 2016, damit man auch die schönen Dinge des Lebens genießen kann. Schöne Feiertage aus Wildenau wünscht euch Johnny Durstexpress. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und was ich noch brauche, ist Name, Position und Region, fahre ich mal weg, damit wir uns das zuteilen können und dann die Weihnachtsmünsche. Ja? Ja. Geht schon. Johnny Ecker aus Wildenau, Firma Johnny Durst Express. Gut. Und am Ende bitte einmal die Kamera rein schauen. Wenn du fertig bist, nicht da oben schauen, nicht zu mir schauen, da bleiben. Wie ich sage, passt. So bleibst du selber. Okay? Okay? Basta. Okay. Bitte sehr. Okay. 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 Okay.